hallo leute und willkommen hier bei me upper cat da wären wir ios 13 beta 7 ist da und wir sind jetzt in einem wöchentlichen rhythmus denn es geht langsam auf den endspurt zu ihr wisst ja anfang september so 10 15 also es wird ja gemunkelt ich sag jetzt mal die daten 10 september soll das apple event stattfinden wo die neuen iphones vorgestellt werden und wo dann auch hier ios 13 rauskommt und ich denke mal eine woche später kann man die neuen iphones dann auch kaufen soviel vorab also 10 september ich werde ein kleines problem haben ich werde nämlich im urlaub sein und kann mich da gar nicht drum kümmern aber das ist eine andere geschichte wir reden jetzt hier über die beta 7 die jetzt hier wöchentlich oder ios 13 das wöchentlich updates bekommt dieses hier war 236 megabyte groß und ich hatte vorher 91,4 gigabyte freien speicher und hinterher 92,16 das heißt ein klein wenig wurde wieder hier frei geschafft und ihr seht hier oben schon die nummer von ios 13 die aktuelle bildnummer also software version das sind recht viele zahlen drin das heißt das ist noch nicht die finale version logischerweise da kommt noch ein bisschen was aber erst mal schauen wir was hier in der beta 7 so drin steckt und apple bekommt einfach hier keine ruhe rein ich mache mal hier einen 3d touch und dann kommen wir hier auf das menü und ihr seht schon da ist die anordnung schon wieder verändert worden ganz offensichtlich hier apps neu anordnen war sonst immer ganz hier unten ist jetzt hier nach oben gerutscht doch hier haben sie noch ein bisschen hin und her wieder gedreht und ja da kommen sie irgendwie nicht so ganz zur ruhe auch hier bei den kurzbefehlen gibt es noch eine neuerung die farben haben sich hier geändert die sind jetzt hier nicht mehr ganz so knallig die farben im menü und so gibt es noch ganz viele kleine weitere änderungen die man hier finden kann etwas minimalistischer hat apple auch das ganze gestaltet wenn man hier den dark mode ein und ausschaltet und zwar hier über die helligkeiten steuerung da haben wir hier unten ja den button und da steht jetzt nur noch modus dunkel ein oder eben aus und das war vorher eben ein klein wenig mehr text und hier im kontrollzentrum wenn wir hierbei die notizen app gehen und da mal den 3d touch drauf machen dann haben wir hier ein ganz neues bild für die kamera das war vorher alles so ziemlich komplett weiß und ist jetzt ja viel deutlicher und klarer in der form wenn wir hier bei dem timer jetzt in 3d touch machen können wir sofort hier reingehen und ja hier die zeit einstellen ohne überhaupt absetzen zu müssen das hat vorher nicht funktioniert da muss man immer rein drücken und dann loslassen und dann konnte man erst die einstellung vornehmen und jetzt drücken wir hier rein und können sofort hier hin und her schieben zeit einstellen ja und los und noch mal 3d touch diesmal aber zum letzten mal ich habe ja schon in der beta 6 gesagt das fühlt sich hier endlich wieder gut und schnell an so wie das sein soll und das haben sie hier noch ein bisschen ausgebaut also das klappt hier ganz wunderbar fühlt sich echt gut an und geht noch ein bisschen schneller und zackiger würde ich meinen also 3d touch ist ja wieder ganz gut am start und während ich herum gedrückt habe ist mir gerade noch mal aufgefallen dass auch die notizen app hier diese neuen symbole bekommen hat also nicht nur im kontrollzentrum sondern auch ganz normal hier auf dem homescreen verflixt hier fällt mir noch mehr auf schaut mal her hier bei den einstellungen habe ich ja eine mitteilung und wenn ich jetzt in 3d touch mache sieht man dass hier ja die bubble also der rote kreis über die ganzen menü punkte hier drüber geht und vorher war der unten drunter gewesen da sind also die menüs über das mitteilungs symbol drüber gegangen und jetzt geht hier das kleine mitteilungs symbol über die menüs drüber finde ich sieht so auch besser aus und in der beta 6 habe ich euch ja schon die ordner gezeigt die sag ich mal sehr viel farbe aufgesaugt haben und schlechter zu erkennen waren das hat sich hier in der beta 7 wieder geändert die sehen jetzt wieder ganz normal aus so wie man das immer schon gewohnt war gehen wir mal hier in die fotos app rein und dann auf den punkt fotos wo alles angezeigt wird da haben wir jetzt hier ein was war das ein kleiner klitsch hier so ein grund layout ihr seht hier sind immer drei stück nebeneinander das waren vorher ich glaube für fünf wenn ich mich nicht täusche auf jeden fall viel viel mehr was man dort sehen konnte und das wurde hier alles ein bisschen zusammen geschrumpft also nur noch auf drei fotos hier insgesamt das gilt natürlich nur hier für die grundeinstellung natürlich kann man hier auch raus zoomen und sieht dann viel viel mehr fotos auf einmal und wenn wir hier mal auf den button jahre gehen dann kann man hier auch einfach so durchschalten wenn man hier einfach hin und her swipe bekommt dann die verschiedenen ereignisse angezeigt nett und wenn wir in der fotos app in 3d touch machen hier auf ein video dann beginnt das hier sofort zu laufen und zwar in der richtigen auflösung in quasi voll format nur in klein und man hat die möglichkeit auch direkt das video hier zu löschen das ging vorher glaube ich nicht und hier in der neuen finden app die glaube ich ja dieser umbenannt worden da steht ja jetzt wo ist das war vorhin glaube ich nicht oder nee also in der wo ist app klingt bisschen merkwürdig wenn ich da mal rein gehe sehen wir dass wir dort unten neue icons haben und zwar für personengeräte und für ich da hat sich auch ein bisschen was geändert und hier gibt es noch eine echt gute änderung in der wo ist app und zwar wenn ihr dort auf den punkt ich geht und dann geht ja hier unten mal drauf einem freund helfen also wenn jemand sein iphone verloren hat dann könnt ihr ihm das gerät hier geben drückt auf einem freund helfen und dann kann er sich bei seiner icloud anmelden und sein gerät orten das ist doch eine nette sache in der beta 6 hatten wir ja den back hier bei den bildschirmen hintergründen dass wir dort nicht mehr hin und her schalten konnten zwischen hellem und dunklen modus bei den bildschirm hintergründen die das unterstützen kann man ja hier einfach anstellen mit dem punkt hier in der mitte und ihr seht ja das funktioniert immer noch nicht also der back der ist immer noch da man kann sich hier nicht anschauen wie das wallpaper in hell und im dunklen modus aussieht sondern ja gar nicht also der back den heben sie sich noch auf für die beta 8 wahrscheinlich tja leute und das wären sie mal wieder die änderungen die ich so hier auf die schnelle finden konnte und natürlich habe ich noch mal wie immer den geekbench drüber laufen lassen schauen wir mal kurz in die ergebnisse rein was hier abgeliefert wird auf dem iphone 7 3555 im single core score und 6072 in multi core und das sagt uns erstmal nicht viel aber wenn wir hier auf die entwicklung schauen dann sehen wir wir haben ganz ordentlich zugelegt zumindest hier im single core haben wir doch 200 ja 53 punkte dazu bekommen und im multi core naja fünf pünktchen verloren das kann man verkraften aber im single core da gab es mal einen ordentlichen bumms nach oben wieder das finde ich doch sehr sehr schön so freunde und das wäre es auch wieder gewesen wie es aussieht sehen wir und hören wir uns schon die nächste woche wieder wenn es wieder mal heißt ja ios 13 beta 8 ist da denn wir sind jetzt hier wöchentlich mit dabei ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei mir apple cat macht's gut